1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 5678 111 Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 5678 111 1Live So meine Lieben, ich grüße euch herzlich, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, heute nur im Radio, hier bei 1Live. Ja, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich an, wir haben eine freie Themennacht, 0800 5678 111 oder ihr faxt unter 0800 5678 110. Oder ihr mailt 1Live.domian.wdr.de Und wenn ihr faxt oder mailt, bitte nicht vergessen die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch zurückrufen können. So, freie Themennacht, erster Anrufer ist Lutz und Lutz ist 47 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen Domian. Hallo Lutz, dein Thema? Ja, ich hatte letztes Mal schon zum Donnerstag angerufen zum verbotenen Ding. Und ich, naja, ja, ich unterhalte halt eben Beziehungen zu mehreren Frauen gleichzeitig. Also das Thema hieß verbotene Lust? Ja, verbotene Lust, genau. Nicht verbotenes Ding. Ja, ich bin jetzt nicht drauf gekommen. Naja, und ich habe also schon erstmal Kompliment zu deiner Sendung, die ist natürlich hervorragend. Dankeschön. Fast jeden Abend, wenn sie im Fernsehen ist, versuche auch zu verschiedenen Themen durchzukommen, weil ja doch sehr interessante Sachen sind. Hast du dich jetzt aber besonders animiert gefühlt, so ein Thema verbotene Lust anzurufen? Was, habe ich jetzt gerade da gehört? Du hast wie viele Frauen? Äh, ja, drei aktive und zwei, ja, auf Bedarf. Kann man, sage ich jetzt mal. Drei aktive und zwei auf Bedarf. Ja. So, jetzt klär uns mal auf, was heißt das, drei aktive. Also im Prinzip hast du fünf Frauen am Laufen, so für dich. Ja. Für dich, ne, sagen wir so. Naja, nur für mich. Nur für dich, ja, ja. Ich muss dazu sagen, das sind aber auch alles Frauen, die nicht irgendwo gebunden sind. Ja. Also, äh, entweder geschieden oder war nicht verheiratet gewesen, so wie unser einer. Gut. Und, ja. Hier ist aber eins nach dem anderen, ähm, damit wir es verstehen. Drei aktive, zwei nach Bedarf. Was sind drei aktive? Ja, ich halte so drei Frauen momentan Kontakt, so dass keine von anderen was weiß. Ach so. Äh, Pflege da. Sexuell im Kontakt. Sexuell im Kontakt. Rein sexuell im Kontakt oder geht ihr auch schon mal ins Kino? Nein, es geht auch etwas weiter. Geht ins Kino, essen gehen. Ja. Mal weniger raus in die Öffentlichkeit, weil halt eben die Gefahr besteht, ja, dass man den einen oder anderen dann trifft. Verstehe. Wie oft siehst du jede von diesen drei Frauen? Ja, jede mindestens einmal am Tag. Mindestens einmal am Tag? Ja. So oft. Einmal am Tag sehen wir uns. Aber da passiert ja nicht jedes Mal Sex. Nein. Nein, nicht jedes Mal. Nicht jedes Mal. Weil das ist, äh, das ist ein bisschen schwierig. Weil, äh, man muss natürlich auch auf die Gesundheit achten, ne? Für Gesundheit? Ja. In der heutigen Zeit Krebs, äh, Krebs war schon, äh, HIV. Ja gut, da kann man sich ja schützen. Ja. Ja gut, sicherlich. Kann und sollte man sich schützen. Sollte man. Tut ich auch. Und, aber es gibt manchmal Situationen, da musst du halt, wenn du mit deiner einen Freundin sexuellen Kontakt hast, der aber immer ohne Verhütung war und du dann saß mit, und heute müssen wir mal einen Kondom nehmen, dann ist das schon ein Problem, ne? Okay. So. Um gerade zu biegen, dann... Im Prinzip solltest du mit allen immer Kondome nehmen, aber müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Zwei, dann, das sind die drei Aktiven. Mhm. Äh, zwei bei Bedarf, was bedeutet das? Ja, äh, da stehe ich in telefonischer Verbindung und wenn ich dann, ja, am Wochenende Zeit habe, wenn es denn mal Zeit ist, hier wieder das Land zu verlassen, dann fahre ich halt eben zu der einen oder zu der anderen, je nachdem wie ich, also, äh... Was heißt das Land zu verlassen? Wohnen die woanders, oder wie? Ja, die wohnen weiter weg, ja, ja. Weiter weg, aber in Deutschland? Ja, in Deutschland, ja, ja, aber es sind halt immer, äh... Ein paar, paar hundert Kilometer. Ein paar hundert Kilometer, ja, ja. Ja, Mensch, fünf Frauen und, ähm, die, die zwei, die weiter weg wohnen, äh, die wissen auch nicht voneinander und die wissen auch nicht von den anderen dreien. Nein. Also kann man sagen, dass alle fünf Frauen nicht voneinander Bescheid wissen? Im Prinzip nicht, nein. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist nicht nur unglaublich, das ist aber auch unwahrscheinlich stressig. So, das glaube ich auch. Wie kriegst du das hin? Ja, das frage ich mich manchmal selber auch, weil es ist teilweise so, dass ich, äh, ja, Lügen ohne Ende... Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Du gaukelst... Aufreden ohne Ende... Du gaukelst den Frauen jeder vor, sie ist die Einzige. Im Prinzip ja. Schweinerei. Natürlich ist das Schweinerei. Was machst du denn dann? Tja, das hat wahrscheinlich tiefere Ursachen. Gestandener Kerl von 47, hat das nötig? Nötig denke ich mir mal nicht, ne. Glaube ich nicht. Aber es ist halt eben so, ähm... Also kann man sagen, dass zumindest die drei, mit denen du ganz engen Kontakt hast, da ist jede so auf ihre Art und Weise in dich verliebt und denkt, oh, der Lutz ist mein, mein Freund, oder wie? Ja, das ist das, was ich denke und ich kann, ich mag sie alle. Vor allen Dingen... Ich kann keiner wehtun und sagen... Ah, mir bricht gleich das Herz. Ich kann keiner Frau wehtun. Deshalb kannst du die Wahrheit nicht sagen, ne? Schwierig. Die anderen beiden, die außerhalb sind, sind die auch in dich verliebt, oder wie ist das? Ja, da habe ich das also so gemacht. Ich habe zu der einen gesagt, dass ich die Beziehung nicht weiterführen kann und so weiter und so fort. Und dass ich das beende und das ist, denke ich mir mal, das Fährste und das Ehrlichste, ihr zu sagen, dass ich also zu ihr keine weiteren Beziehung führen werde. Das Endresultat war, dass ihre beste Freundin mich anrief, und bei der meine Telefonnummer hatte, das kann ich so ordentlich mehr nachvollziehen. Und mich anrief und sagte, dass die Bude nach einem Suizidversuch im Krankenhaus lege. So, dann habe ich mir halt schon meine Gedanken gemacht und, naja, gut, okay. Ich habe dann also mein Auto gestartet und bin dann da hin und habe mich also zumindest nach dem Befinden erstmal erkundigt. Ich muss dazu sagen, das war nicht am gleichen Tag, sondern das war dann, ich weiß gar nicht, zwei Tage später. Sind die Frauen eigentlich so in deinem Alter oder jünger? Du bist 47? Ich bin 47, die Jüngste ist 35 und die Älteste ist, wird jetzt 52. Ah ja, also gute Mixtur und nicht so eine ganz, ganz, ganz riesengroße Unterschiede. Nein, nicht ganz große. Kosten sich die Frauen viel? Jein. Das, was außerhalb ist, schon. Was in meiner Umgebung ist, nein, kostet mich nicht viel, überhaupt nicht viel. Also, ich denke mir mal, ich habe manchmal das Gefühl, als würde ich mich also von den Frauen auch ein bisschen aushalten lassen. Ach, das kommt auch noch hinzu. Ja, das ist... Das heißt, du lädst die Frauen nicht ein, sondern die, äh, was heißt aushalten, die, äh... Ja, wenn ich jetzt, ja, Kino gehen. Achso. Und warum, warum, warum... Das Essen gehen brauche ich nicht bezahlen oder wenn ich sage, dass Menschen haben, mir geht es nicht so gut, ich bin ein bisschen schwach auf der Brust, dass dann das eine oder andere für mich dann halt eben gemacht wird. Sprich, also, äh... Ich verstehe, da... Ich bin mal eingekauft und, äh... Hast du wenig Kohle? Ich habe wenig Kohle, ja. Du hast wenig Kohle. Hast du einen Job? Ich habe einen Job, ja. Was machst du? Äh, ich bin in der Autoindustrie. In der Autoindustrie. Müssen wir jetzt auch nicht weiter, äh, befragen, da wird schon nicht erkannt werden. Ja, jetzt denke ich immer, hier in Neutscholz sei der Größte. Ja. Aber, äh, dumme Weise, äh, ich bin für mich glücklich geschieden, für die Sache als solches, unglücklich geschieden, kann man sich vorstellen, wenn man will. Weil, als Geschiedener hast du heute in Deutschland, äh, ja, nichts mehr zu lachen, ne? Okay, das müssen wir auch nicht vertiefen. Nein. Ich, äh, ich würde jetzt gerne, äh, etwas sagen oder kommentieren dazu, dass du diese fünf Frauen hast. Äh, weißt du, Lutz, ich hätte da überhaupt gar nichts gegen, ich fände es völlig in Ordnung und auch schräg, äh, wenn du sagst, äh, wir sind eine völlig schrille Gemeinschaft, wir wissen alle irgendwie voneinander und haben unseren Spaß. Fände ich völlig okay. Aber ich fände es wirklich, ich finde es wirklich unter aller Sau, dass du diese Frauen so belügst und betrügst. Das ist, da gibt es auch keine, keine Entschuldigung, gar nichts. Ja, das ist. Und vor allen Dingen, du, du, du verbringst ja so viel Zeit mit denen, du hast ja täglich Kontakt mit denen, bist in einem, einem fulminanten Lügengebäude. Ja. Hast du dich eingesponnen. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Das ist das Problem. Ich weiß das, indem du allen sagst, was los ist oder mit allen Schluss machst. Ja, das ist das, was ich versucht habe. Das habe ich ja versucht. Und, äh, das endet jedes Mal in einem fürchterlichen Debakel, dass also in Tränen ausgebrochen wird. Ich glaube nicht, dass du versucht hast, in dem Sinn, dass du allen gesagt hast, hier, pass mal auf, du bist nur eine von fünf. Ich glaube, das endet in keinem Debakel, es endet einem Debakel, aber nicht in Tränen. Die Tränen... Doch, das ist so. Ich habe es vor einem Jahr... Gut, sag es mal allen. Dann sag es doch einfach mal allen und gucken wir mal weiter, was dann passiert. Ich habe es vor einem Jahr getan und, äh, seitdem beschäftige ich mich die Sache, wie ich das am besten auf die Reihe kriege und wie... Wie? Du hast vor einem Jahr den Frauen gesagt, dass sie nicht alleine sind? Ja. Glaube ich dir. Doch, ist so. Aber gerade hast du zu mir gesagt, die, die, die gehen davon aus, dass, ähm, das... Ja, ich habe das vor einem Jahr beendet. So. Und habe dann aber gedacht, na gut, man kann ja trotzdem, trotzdem Kontakt halten. Also nicht auf einer Freundschaftsebene. Ja, du hast mit allen das vor einem Jahr beendet. Ja. Aber nicht mit, mit, mit der Begründung hier, äh, ich habe da noch vier andere Frauen am Laufen. Das habe ich den Zweien von außerhalb nicht gesagt, aber den von hier. Aha. So, und, äh, das Dumme an der ganzen Geschichte ist, dass die zwei haben sich dann auch noch kennengelernt. Mhm. Und wir haben dann also auch, tja, ein Gespräch zu dritt geführt. Also, was heißt das jetzt? Das heißt, das heißt also, die wissen jetzt doch voneinander, oder was? Ja. Die hast du gerade anders gesagt. Ja, Moment. Zu Anfang wussten sie nicht voneinander. Dann habe ich das vor einem Jahr versucht zu beenden. Ich muss leider heute sagen, versucht. Mhm. Weil ich habe gemerkt, dass es wahrscheinlich doch gescheitert ist. Und habe gesagt, so und so. Haben uns dann zu dritt hingesetzt. Haben ein Gespräch geführt und ich habe dann beiden gesagt, so, Ende Punkt aus, keiner von beiden. Habe gedacht, kannst du ja trotzdem ein lockeres Verhältnis, freundschaftliches Verhältnis zu jeder noch haben. Mhm. Wollte aber nicht jeder für sich wehtun. Und habe dann natürlich der einen nicht erzählt, dass ich mit der anderen noch in freundschaftlichem Kontakt stehe. Achso, also wieder eine neue Lüge. Ja. Ja. Da habe ich gemerkt, halt stopp. Jetzt. So, dann decke diese Lüge doch einfach mal auf und mal gucken, was passiert. Ja, da habe ich ja natürlich einen marmessigen Schiff vor. Glaube ich. Aber das ist die einzige Chance, aus dieser Nummer rauszukommen. Weil ich merke nämlich selber jetzt, das wird ein Kreislauf ohne Ende. Ja. Das ist wie diese Spirale, die sich dreht. Höllisch, hellisch. Du kommst nirgends mehr. Außerdem hast du, was ist das für ein Gefühl, wenn du in den Spiegel guckst? Ich würde immer denken. Scheißgefühl. Ja, klar. Das ist, also vor allem, mein ganzes Leben hat sich mittlerweile so weit gewandelt, dass ich, also, ich gehe kaum, kaum noch raus. Unternehmen kommen noch was. So, jetzt keine Mitleidsnummer, ne? Nee, nein, nein, nein. Das hast du dir selbst eingebrockt? Ja, natürlich doch. Und du kannst dir das auch selbst wieder ausbrocken, das Ganze. Indem du so machst, Lutz. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, wirklich. Ja. Echt, das ist so simpel. Du musst es, leg die Karten auf den Tisch. Und dann gucken wir, wer bei dir bleibt. Wahrscheinlich sind alle weg. Und dann fängst du von Neuem an. Und ich hoffe, dann auf einer ehrlichen Basis mit einer anderen Frau. Anders geht es nicht. Ja, das hatte ich mir auch so vorgestellt. Ja. Weil das ist nämlich nicht so einfach. Nein, natürlich nicht. Man hat sich natürlich auch in den Jahren jetzt so an diesem, ja, ich sage mal, unsoliden Lebensmangel ja gewöhnt. Und da dann, ich sage mal, den Absprung zu finden. Keine weiteren Erklärungen. Keine weiteren Erklärungen. Wissen wir alles. Du musst handeln. Ja, das auf jeden Fall. Ich wünsche, ich wünsche gutes Gelingen, Lutz. Okay, Lutz. Viel Glück. Jawohl. Wiederhören. Dank, danke. Schönen Abend. Ja, tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, hier ist Radio 1 Live mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu ans Telefon 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110 oder mailen 1live.domian.wdr.de. Raphael. Raphael. Ja, hallo, Domian. 35. Ganz genau. Wo bist du? Ich bin jetzt gerade auf dem Parkplatz gefahren. Ich bin unterwegs im Auto. Ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen nach Straße. Ja, ja, aber jetzt bin ich schon gerade angehalten. Das ist gut. Um was geht's? Folgendes. Ich, wie gesagt, bin 35. Ja. Seit circa fünf Jahren mache ich bei einem Bekannten, ich will nicht sagen Freund, bei verschiedenen Pornoproduktionen mit. So Hobby-mäßig oder was? Hobby-mäßig, ganz genau. Nebenerwerbs-mäßig. Ja, wenn man so sagen kann, ja genau. Und im Hauptberuf bist du Kraftfahrer oder was? Nein. Nein, ich dachte jetzt, du wärst ja im LKW unterwegs. Nein, nein. Was machst du im Hauptberuf? Ich bin Finanzdienstleister. Ich arbeite in der Finanzdienstbranche. Aha. Vielleicht Finanzdienstleister. Was ist das? Beim Finanzamt? Nein, nein. Also wir haben Kunden, die sich bei uns Ratholen. Ach so, so Finanzberatung sowas. Ganz genau. Also, verstehe. Na gut. So, und einer meiner Kunden, der hat also eine Produktionsfirma und der macht Pornofilme. Und seit fünf, sechs Jahren mache ich so drei, vier Mal im Jahr, immer wenn man, ich sag mal, ein Not am Mann ist, ruft er mich an, wie sieht's aus, Raphael, hast du Zeit, hast du Lust? Und wenn ich Zeit und Lust habe, wenn ich das alles unter einen Hut bringe, dann mache ich das. Ja. Ja. So, vor ein paar Wochen, ich denke jetzt mal so drei, vier Wochen, haben Freunde meiner Tochter einen Film von mir gesehen. Oh, naja. Wie alt, wie alt ist die Tochter? Meine Tochter ist 14, wird 15. Mhm. Ja, und die Freunde, die Jungs, die den Film gesehen haben, ich schätze mal so auf, auch so 15, 16 Jahre alt. Ja. So, das Problem ist, was ich habe, was meine Tochter vor allen Dingen hat, das geht mir sehr ans Herz, dass sie in der Schule andauernd drauf angesprochen wird seit ein paar Wochen. Hätte man ja vielleicht auch mal ein bisschen früher drüber nachdenken können, ne? Auf jeden Fall, nur ich habe mir gedacht, Mensch, das sind vielleicht fünf, sechs Filme im Jahr, die ich mache. Ja. Trotzdem, es ist eine Öffentlichkeit, auch wenn es eine kleine Öffentlichkeit ist und die Gefahr ist natürlich da, dass es irgendjemand aus dem Umfeld irgendwann mal irgendwie sieht. Ja, die Gefahr, aber... Das sind ja Pornos, die ganz normal vertrieben werden wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Die man in den Videotheken... Ja. Oder Videotheken. Ganz genau, ja. So, und... Was hat denn deine 14-jährige Tochter gesagt zu dir, als sie davon erfahren hatte über ihre Freunde, über ihre Kumpels? Ja, sie hat natürlich erst mal eben mit ihrer Mutter gesprochen. Ja. Weiß deine Frau das, dass du das machst? Jetzt ja. Ach, die wusste das auch nicht? Nein, die wusste... Nein, ich kenne es natürlich nicht an die große Glocke. Na gut, aber du lebst mit deiner Frau zusammen? Nein, wir sind geschieden. Nein, oh Gott, wir sind schon seit zehn Jahren geschieden. Ah ja. Ja? Sie ist auch klein verarbeitet. Ich habe ein super tolles Verhältnis zu ihr und auch zu meiner Tochter. Und ich habe natürlich das Gespräch gesucht. Meine Ex-Frau hat mich angerufen. Mhm. Ja? Ich bin da hin und hat mich gefragt, ob das stimmt. Mhm. War die nicht auch entsetzt? Natürlich war die die ersten Tage entsetzt. Ja. Ja. Und habe mir natürlich Vorwürfe gemacht, was meine Tochter jetzt da durchmacht in der Schule. Ja. Hast du denn dann mit deiner Tochter auch gesprochen? Nee, ich komme nicht an sie ran. Ja. Ich versuche Kontakt zu ihr aufzunehmen. Ich rufe sie tausendmal an. Sie geht mir aus und nicht. Wenn ich bei ihr zu Hause bin, schließe ich in ihr Zimmer ein. Wie war denn der Kontakt, bevor das aufgeflogen ist? Hatte ihr einen engen Kontakt? Ja, klar. Regelmäßigen Kontakt auch? Sehr regelmäßig. Also wir haben uns in der Woche gesehen, zwei, dreimal. Ja. Aber sie lebt bei der Mutter, ne? Sie lebt bei der Mutter. Wir leben in derselben Stadt. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren. Wir beide ganz alleine. Jeden Jahr einmal in Urlaub gefahren. Am Wochenende haben wir viel zusammen gemacht. Also wir haben schon ein tolles Verhältnis zueinander gehabt. Wann ist das jetzt genau aufgeflogen? Das sind drei, vier Wochen gewesen. Vor drei, vier Wochen. Und seitdem geht die Tochter dir aus dem Weg? Seitdem geht sie mir aus dem Weg. Was sagt denn deine Ex-Frau dazu, dass sie dir aus dem Weg geht? Habt ihr darüber auch schon gesprochen? Ja, natürlich. Und? Was meint sie? Ja, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir vielleicht erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen sollten. Aber ich möchte meine Tochter ja nicht, oder ich möchte ihr zeigen, dass ich der gleiche bin wie vorher auch. Ich bin ja deswegen kein schlechterer Mensch. Welche, sofern du das weißt, welche Position hat denn deine Ex-Frau deiner Tochter gegenüber? Welche Haltung diese Sache betreffend? Du meinst jetzt, ob sie zu meiner Tochter steht? Nein. Wie erklärt deine Frau deiner Tochter das, was da passiert ist? Sagt sie, naja, ist nicht so schlimm? Sagt sie, der Papa hat einen Schuss, was er da gemacht hat? Oder was sagt sie zur Tochter? Ich weiß es nicht genau. Frag sie doch. Ja, ich versuche ja... Das ist doch wichtig zu wissen, die beiden reden doch miteinander. Ja, auf jeden Fall. Sie sagt auf jeden Fall, es ist dein Vater. Ja, und es ist das gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Die Beziehung oder die Gefühle, die dein Vater zu dir hat, die werden sich nie ändern. Das sagt sie zu der Tochter? Das sagt sie zu der Tochter, ja. Was sagt denn deine Ex-Frau jetzt, nachdem der erste Schock überstanden ist? Ist sie nachsichtig mit dir oder findet sie das schon sehr schlimm, was du da gemacht hast? Ja, sie findet es nicht schlimm, was ich gemacht habe, aber sie hat natürlich, das hat sich bei uns, ich will nicht sagen rumgesprochen wie ein Lauffeuer, aber es ist halt schon ein Gesprächsthema. Hat sich denn das Verhältnis verschlechtert zwischen dir und deiner Ex-Frau seitdem? Es ist erkaltet, sage ich mal. Welche Meinung hast du denn jetzt, was die Zukunft betrifft? Willst du das weitermachen oder willst du das aufhören? Nee, auf jeden Fall will ich erst mal aufhören. Ich habe mir überhaupt keinen Gedanken bis jetzt daran, Frau Spendel überhaupt so etwas nochmal zu machen. Aber ich muss dir aber sagen, das ist aber auch wirklich äußerst blauäugig, dass du dieses nicht einkalkuliert hast, dass irgendwelche Menschen aus deinem Umfeld oder sogar dein Kind das irgendwann mal sehen könnte oder davon erfahren könnte. Also folgendes, ich habe mich natürlich vorher ein bisschen kundig gemacht und Voraussetzung war für mich, dass ich niemals auf dem Cover vorne drauf bin. Ist doch egal. Ja. Solange man dein Gesicht sieht bei diesen Produktionen, besteht die Gefahr, dass es irgendwie durchsickert. Ja, natürlich. Und das hast du nicht richtig realisiert? Vielleicht wollte ich es nicht. Der Kick war vielleicht zu groß, war was Neues zu erleben. Was war der Kick? War der Kick, die Kohle, die du dabei verdient hast? Nee, Quatsch. Die Kohle, nein. Allein. Diese Aktion. Diese Aktion, genau. Und ich habe vor fünf... Wie viel Kohle hast du dabei verdient? Bei einer so einer Produktion? Also es kommt auf die Szenen an, die man dreht. Ich habe pro Szene, also jetzt in Euro bekommt man pro Szene, das heißt pro Schuss, pro Orgasmus, bekomme ich 200 Euro. Wie lange dauert der Dreh für eine Szene? Es kommt drauf an. Manchmal drehe ich drei Szenen am Tag oder zwei Szenen am Tag. Hat dich das für dich auch sexuell sehr stimuliert, erregt, sowas zu machen? Ja. Bis zum Schluss? Auf jeden Fall, ja. Also es war immer ein schöner Spaß, der dann auch noch bezahlt wurde. Ganz genau. Und das wurde natürlich auch nicht hier in Deutschland gedreht, sondern das wurde schön irgendwo auf Mallorca oder Ibiza gedreht. Und das war natürlich alles umsonst. Ich habe mir dann ein paar Tage Urlaub genommen und das ging dann auch. Okay. So. Ich glaube, dass man so Sachen machen kann, wenn man völlig frei ist. Aber wenn da so ein Mädel oder ein Kind im Spiel ist, hat das natürlich eine ganz andere Dimension. Auf jeden Fall. Die läuft natürlich Spießrouten im Moment. Ich kann mir gut vorstellen, was die wahrscheinlich aushalten muss. Wie die Jungs sich über die lustig machen. Jeder Papa und Pornostar. Sie machen sich nicht unbedingt über meine Tochter, sondern halt über mich, weil ich auch in ihrem Freundeskreis eigentlich sehr beliebt bin. Aber das ist doch gerade schlimm für das Mädchen, wenn man sich über den Papa, auf den sie wahrscheinlich immer stolz war, jetzt so lustig macht. Ja, natürlich. Und glaub mir, das geht mir sehr ans Herz. Ja, ich hoffe das, dass dir das ihr ans Herz geht. Jetzt ist die Frage, was ist zu tun? Das Mädchen schottet sich ab. Genau. Du kommst überhaupt nicht an sie ran. Nein. Das ist jetzt passiert. Das kann man in dem Sinne nicht mehr rückgängig machen, weil das ist nun mal in der Welt, die Produktion. Ja. Was meint denn, also deine Frau meint, deine Ex-Frau meint, dass man erstmal ein bisschen Gras wachsen lassen sollte? Ganz genau. Ja, vielleicht ist das wirklich das Allerbeste, dass du erstmal dieses Mädchen nicht bedrängst. Dass du wirklich einfach ein bisschen abwartest. Und dann, ich meine, sie ist ja 14, da kann man ja sehr gut und klar schon reden, dass du irgendwann zu ihr sagst, dass du das auch im Nachhinein als einen großen Fehler ansiehst, dass du nicht richtig nachgedacht hast. Ja, in dem Moment, als ich das gemacht habe, war es für mich ja kein, guck mal, ich habe keine Beziehung, ich bin frei. Ja, aber du hattest ein Kind. Du hattest auch für fünf Jahre schon ein Kind. Da war das neun. Und da muss man eigentlich so viel Bewusstsein haben, dass man darüber auch nachdenkt. Wenn du kein Kind gehabt hättest, würde ich auch sagen, okay, warum nicht, mach es. Wenn es dein Ding ist, wenn du Spaß dran hast oder wenn du es für dich verantworten kannst, mach es. Mensch, ich habe gedacht, der Typ, der schmeißt im Monat wie viele hundert Videos raus. In dem Moment, wo du dein Gesicht in eine Kamera hältst, ist es öffentlich und die Gefahr ist einfach da. Das ist einfach dein großer Fehler und deine Schuld, die du trägst. Und da musst du dich einfach letztendlich irgendwann bei dem Mädchen entschuldigen und musst versuchen, all das wieder irgendwie hinzubiegen. Auch mit der klaren Versicherung, dass du das auf keinen Fall jetzt mehr machen wirst und dass du das nicht richtig bedacht hast. Und du wolltest ihr nicht wehtun und ihr nicht das Leben schwer machen, was du jetzt getan hast durch dein Verhalten, durch deine Geilheit. Letztendlich ist es so. So muss man es sehen. Also, was wirst du sonst machen, außer da reue ich dem Mädchen gegenüber zu treten und dich wirklich zu entschuldigen? Ich, ich, also, natürlich, es tut mir wahnsinnig leid, wahnsinnig leid. Und ich kann nichts anderes tun, als mich bei dem, bei allen zu entschuldigen. Ich weiß nicht, ich habe ja noch nicht mal was bösartig Schlimmes gemacht. Naja. Aber wie eine solche Situation gebracht zu haben, das tut mir schrecklich, schrecklich leid. Ja, so. Und jetzt besprich das mit deiner Ex-Frau, wie du da weiter vorgehst, dass du das Mädchen nicht unter Druck setzt, dass du sie nicht bedrängst. Das kann ich natürlich nicht beurteilen von außen, wie das am klügsten dann zu machen ist, dass ihr wieder in Kontakt kommt. Oder schreib ihr einen Brief, vielleicht auch nicht schlecht, das erste Kontaktaufnahme. Das ist vielleicht sogar das Klügste. Ja, das habe ich doch gar nicht dran gedacht, natürlich. Und dann warte, bitte sie ganz einfach, dass sie entscheiden soll, wann sie wieder mit dir Kontakt haben will und sie soll dich anrufen. Ja, mach das so. Das ist, glaube ich, die sanfteste Methode, an sie heranzutreten. So, mehr gibt es nicht zu sagen. Ja. Und jetzt ist Schluss mit Porno, ne? Schluss mit lustig. Da habe ich aber so keinen Bock mehr drauf. Mach mal schön deine Finanzen, das ist sinnvoller. Alles klar. Alles Gute, Raphael. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111. So erreicht ihr mich hier. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Stefan und der ist 35. Guten Morgen. Hallo, Dumian. Hallo, Stefan. Auch im Auto? Oder wo? Auch im Auto. Mann. Jawohl. Oder etwas größer wie Auto. Ein LKW. Ja. Ich hoffe, du stehst. Na, fast. Ja, ich bitte darum. Ja. Oder das ist eine Freisprechanlage. Ja, haben wir. Gut. Um was geht es, Stefan? Ja, ich habe folgendes Problem. Ich fühle mich so ein bisschen als grausames Schwein. Ich verstehe das natürlich. Du siehst dich als grausames Schwein? Als grausames Schwein, ja. Ich habe so ungefähr das selbe Problem wie der erste Anrufer heute Abend. Ja. Aber ich habe keine fünf Frauen. Ich habe nur zwei. Mhm. Und zwar meine eigene. Ja. Seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren. Ja. Und nebenher meine Nachbarin seit zwei Jahren. Die Nachbarin? Ja. Die Frauen wissen nichts voneinander. Sie kennen sich. Sie kennen sich. Aber sie wissen nicht, dass beide mit dem gleichen Mann im Bett liegen. Richtig. Und sind gar noch irgendwie gut bekannt oder befreundet miteinander. Ja, sie waren eine ganze Zeit lang befreundet. Ja. Bis das Gerede der Nachbarschaft halt anfängt. Ach so. Es ist schon so ein bisschen irgendwas durchgesickert. Und man munkelt. Ja. Er ist schon mehr als durchgesickert. Eigentlich müsste man sagen, meine Frau müsste Bescheid. Aber sie ist halt auch ein bisschen naiv. Und glaubt mir halt. Habt ihr Kinder? Ja, zwei. Wie alt? Ja, der Große, der ist neun. Ja. Der wird neun im August. Ja. Und der Kleine 17 Monate. So jung noch? Ja. Was das Kuriose an der Geschichte ist, dass meine Nachbarin den Kleinen von mir mit auf die Welt geholt hat. Mhm. Das heißt, ich war zu der Zeit in Wien beruflich. Ja. Meine Nachbarin hat halt dafür gesorgt, dass meine Frau dann ins Krankenhaus kam und ist bei der Geburt vorbeigeblieben und alles so. Ja. Ist deine Nachbarin auch in festen Händen? Nö. Die ist allein, die ist Solo. Die ist Solo. Ja. Hat auch ein Kind. Wie hat das denn damals vor zwei Jahren angefangen? Von wem? Das hat ganz blöd angefangen. Ich bin von der Arbeit irgendwann mal nach Hause gekommen und da saß die halt da und durch das nachbarschaftliche Verhältnis irgendwie sind sie sich halt so nahe gekommen, weil die Kinder auch viel miteinander spielen. Wo saß die? Bei euch zu Hause? Ja, richtig. Bei uns zu Hause. Ja. Und ich muss sagen, ich kannte sie von früher, was sich im Nachhinein herausgestellt hat. Aber früher hättest du mich mit der Kneippsange angeguckt. Aber jetzt ja. Ja. Früher war sie so eine Schwingtussi, weißt du, so aufgetakelt und so. Ja. Und das kann ich überhaupt nicht leiden. Da geht es klack. So, und dann hat das quasi bei euch in der Wohnung angefangen? Wir haben uns angeguckt und es hat die Punkt. Und deine Frau war dabei? Ja, klar. Da war sie dabei. Und den ersten Sex hattet ihr auch in eurer Wohnung? Nee, nee. In ihrer Wohnung? Irgendwann bin ich dann mal abends rübergegangen, als ich von der Arbeit kam, weil ich irgendwas am Computer machen musste, eine Steuererklärung oder so. Und, ja, ich bin da die Tür rein und so wie ich die Tür rein bin, sind wir uns dann halt um den Hals fallen. Bist du verliebt in die Frau oder ist das eine reine sexuelle Geschichte? Ja. Zuerst war das eine reine sexuelle Geschichte. Mittlerweile nicht mehr. Ja, zwei Jahre kann man das nicht mehr so sagen, oder? Könnte man auch noch zwei Jahre noch so sagen. Bei dir nicht. Nee. Liebst du denn deine Frau noch? Jein. Klar, da bin ich noch von der, ich bin hier zusammen. Aber, aber das ist es nicht. Der, der, oder eine Trennung, sag ich mal, die würde zu viel kosten. Weißt du, verstehst du? Also. Wir haben in den 13 Jahren, wo wir verheiratet sind, wir sind 13 Jahre verheiratet. Wir postieren aber schon so 15, 16, 17 Jahre zusammen. Also das ist eine Jugendliebe von mir, ne? Ja. Und ja, so seit 13, 14 Monaten nicht mehr. Nicht? Gar nicht mehr? Ja, so vielleicht einmal oder zweimal in den letzten. Und die Ehe sonst so, ist die auch sehr angespannt? Gar nicht. Gar nicht. Also euer Alltag managt ihr beide ganz gut? Ja, was heißt denn so ein Alltag? Naja, die Familie, Kinder und so, das ist alles, das läuft, ist alles so im Normalen läuft das. Ich bin noch nie daheim. Ja, du bist nie daheim, ja, stimmt, ja. Ich komme halt, wie gesagt, ich bin Kraftfahrer vom Beruf. Ja, sag mal so im Klartext, wie oft bist du zu Hause überhaupt? Wochenende. Nur am Wochenende? Ja. Jetzt bist du gerade angehalten, ne? Richtig. Ist angenehmer, ist nicht so laut im Hintergrund. Ja. Aber jedes Wochenende bist du da? Ja. Samstag, Samstag? Samstagmorgen komme ich nach und am Abend fahre ich wieder. Ah ja, das ist ja nicht lang. Nö. Und das geht wie viele Jahre jetzt schon so? Ja, so zwei Jahre. Mhm. So, jetzt sag mir mal, wie das durchgesickert ist da so in die Nachbarschaft, dass du mit der Nachbarin was hast. Ja, mein Gott, ich bin, ich bin, zwei, dreimal die Woche bin ich da, sag ich so. Ich sag jetzt zu Hause, aber in Wirklichkeit bin ich ja dann da, ne? Wie da? Bei der Nachbarin. Ach so. Wie, zwei, dreimal die Woche? Du bist zweimal, zwei, dreimal die Woche, obwohl du fahren musst, bist du bei der Nachbarin? Nein, ich bin, ich fahre Nah- und Fernverkehr. Ja. Das heißt, ich bin, wie heute Abend, ich fahre heute Abend raus. Ja. Oder ich bin heute Abend um neun Uhr rausgefahren. Mhm. Und ich bin morgen Abend um acht, neun Uhr bin ich wieder daheim, aber dann gehe ich zur Nachbarin und nicht zu mir nach Hause. Ach, du gehst gar nicht dann in deine Wohnung zu deiner Frau? Nein. Äh, aber die weiß das dann doch, dass du bei der Nachbarin bist, die sieht das Auto doch stehen oder, oder wie? Oder machst du das Ganze heim? Nein, das Auto parke ich dann immer so 500 Meter weg, wo ich genau weiß, dass sie da nie lang gehen würde. Ah, das ist ja krass. Und dass der Klingel dann auch nicht da in der Ecke mal spielt oder so. Mhm. Und dann gehst du, wohnt ihr auch in demselben Haus? Nein, im Nachbarhaus. Im Nachbarhaus. Und dann schleichst du quasi in die Wohnung von deiner Nachbarin? So ungefähr, ja. Und ein paar Meter weiter wohnt deine Familie? Ja. Und da hat dich der eine oder andere schon mal wahrscheinlich bei beobachtet? Ja, wahrscheinlich. Irgendwie? Schon schön und gut. Also ich werde eigentlich regelmäßig gesehen. So, das heißt, deine Frau weiß es. Deine Frau will es vielleicht nicht wissen und verdrängt es, oder? Na, die hat... Mensch, Stefan, was für eine Schmach für deine Frau. Was für eine Demütigung. Die ganze Nachbarschaft redet, ihr Typ liegt wieder bei der Alten im Bett. Bei der Anderen im Bett. Richtig. Richtig. Das kannst du doch nicht machen. Aber ich kann es auch nicht beenden. Ja, aber du kannst doch so dein Leben nicht führen. Das ist doch keine Art und Weise. Nein, das stimmt. Und das stimmt, deswegen fühle ich mich ja auch so als Schwein. Ich habe manchmal, wenn ich so unterwegs bin und so meinen Sentimentalen kriege, dann sitze ich in der Lkw am Steuer und bin am Heulen dafür. Aber das ist nur reines Selbstmitleid. Das ist eine schwache Nummer, die du da abziehst. Ja. Das ist eine völlig schwache Nummer. Es gibt überhaupt gar keinen Grund mehr, dagegen zu sprechen, dass du dich von deiner Frau trennst. Du musst dich von deiner Frau trennen. Das sagst du so einfach. Ja. Aber was machst du denn da, Mensch? Wie stehst du denn für deinen Kindern auch da irgendwann mal? Der ist ja schon der große des Neuen, sagst du. Der kriegt das ja auch mal irgendwann mit. Da haben wir das gleiche Thema wie bei Raphael. Irgendwie so ähnlich. Stell dir mal vor, die Nachbarskinder sagen dem, hey, dein Papa, der geht ja immer zu den anderen da. Ist ja gar nicht, kein toller Papa. Und weiß ich was, wie schlimm für den Jungen. Nur weil du zu schwach bist, da irgendwie klare Verhältnisse zu schaffen. Klar ist es schwer, wenn man 13 Jahre verheiratet ist und zwei Kinder hat, und weiß ich, eine Trennung sauber hinzukriegen. Aber das, was da jetzt läuft, ist ja nun wirklich unter aller, unter aller Kategorie. Würdest du denn am liebsten, wenn du jetzt ganz frei wärst, würdest du am liebsten mit dieser Nachbarin richtig zusammen sein? Nee. Auch nicht? Nee. Also ist doch nicht so groß die große Verliebtheit mit der auch nicht. Das ist schon eine Verliebtheit. Aber auf der anderen Seite, verstehe ich mich nicht falsch, aber ich denke, dass ich ihr sechstörig bin. Ja. Na gut, also doch mehr eine Sexgeschichte. Also ich kann da einfach nicht die Finger davon lassen und sie von mir genauso wenig. Sie lief mir jeden Rund von den Augen an. Das ist wie letzten Donnerstag zum Beispiel. Ja. Ich bin von Berlin gekommen, für Donnerstag, Karnevalsdonnerstag. Das kann ich einfach nicht vergessen. Und ja, ich habe den LKW abgestellt und ich schwinge mich ins Auto und denke, ich sollte heute mal nach Hause fahren. Und sie fängt, nee, komm, gehst du eine Stunde da rüber und dann komme ich da hin. Da sitzt sie mit einer guten Freundin von hier. Und... Und? Ja, haben wir eine Dreiernacht gemacht. Ja, wie schön für dich. Das war seit ewig ein Wunsch von mir. Irgendwann mache ich dir das wahr, sagt sie. Ja, okay. Und dann überraschte dich mit sowas, weißt du? Ja, toll. Also wunderbar. Aber es geht ja nicht nur um Lust und Trieb. Es geht darum, dass du dich ordentlich auch deiner Partnerin gegenüber verhältst und die nicht belügst, betrügst und so hintergehst, dass diese arme Frau, wie schmerzhaft das für die ist. Es ist schon schlimm genug, dass die nicht konsequent ist und dich nicht rausschmeißt. Aber das traut sie sich nicht. Oder ich weiß nicht, ich kenne die Frau nicht, kann dich nicht beurteilen. Du musst was tun. Und so schnell wie möglich, Stefan. Das ist so eine arme Sache, die du da abziehst. Wirklich. Du meinst, ich soll meine Koffer packen. Ja, na klar. Also, da ist tote Hose. Ich kann doch nicht meine Koffer packen und dann zur Nachbarin ziehen. Nee, das soll es doch. Was denken dann meine Kinder? Ja, nee. Was denken dann meine Kinder? Also, du willst ja auch gar nicht zur Nachbarin ziehen. Das hast du mir gerade gesagt. Dann pack deine Koffer und setz dich erstmal alleine in eine Wohnung. und kannst dann sehen, was du mit deiner Nachbarin weitermachst. Aber gehe von deiner Frau weg. Schaffe da klare Verhältnisse. Wenn du sie nicht mehr liebst. Und ich habe die Eindruck, dass du sie nicht mehr richtig liebst. Oder dass du sie gar nicht mehr liebst. Und du gehst doch gar nicht mehr ins Bett mit ihr. Und wenn man seit zwei Jahren einen geliebten Menschen, wenn es denn ein Geliebter noch wäre, so hintergeht, wie du es machst, dann... Ich schaffe es einfach nicht mehr, mit dem Bett zu gehen. Achso, ja gut, okay. Die andere, die nörgelt mich so aus, verstehst du? Stefan, das ist ja auch okay. Wenn du sagst, da ist die Luft jetzt raus, das ist es nicht mehr. Aber dann zieh auch eine Konsequenz und sei ein Kerl. Aber du bist kein Kerl im Moment. Du bist ein Waschlappen, wie du dich da verhältst. Entschuldige, wenn ich das so hart sage. Ja, brauchst du nicht so zu entscheiden. Ja, aber es ist ja so. Du holst dir deine Lust und deinen Spaß bei der anderen und hast dein gemachtes Nest bei deiner Frau und traust dich hier nicht und traust dich da nicht und schleichst ums Haus und kletterst da in die Wohnung. Das ist doch alles grauselig. Ich weiß. So, jetzt zieh eine Konsequenz daraus, wenn du es weißt. Sag deiner Frau, wie es ist und geh. Und bemühe dich um ein ordentliches Verhältnis mit deiner Frau, zu deiner Frau, für deine Kinder, damit die Kinder nicht zu sehr leiden da unten. Die Verantwortung hast du ja nun auch noch. Das ist ja nicht nur deine Frau, sondern es ist auch nur 17 Monate altes Kind. Das muss man ja auch noch alles bedenken. Ja. Wem sagst du das? Klare Verhältnisse. Da musst du durch. Du hast es ja eingebrockt, jetzt musst du auch durch. Wenn das so einfach wäre. Weiß ich. Da hängt so viel dran. Ich weiß, ich weiß. Ich ahne es schon und das muss man auch gar nicht aufferzählen, aber es gibt keine andere Möglichkeit und keine Alternative. Stefan. Ich werde dein Wort verherzigen. Sehr gut. Ich würde mich freuen. Irgendwie muss das hinhauen. Und letztendlich wird es gut für dich, auch für dich sein. Letztendlich. Wenn du erstmal die schweren ersten Schritte geschafft hast. Weil du auch wieder viel mehr Selbstbewusstsein kriegen wirst und mehr Stolz auf dich. Das ist ja jetzt alles kaputt. Ja. Gut, Stefan. Dann sieh mal zu. Ich danke dir. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüsschen. Stefanie, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Stefanie, ich grüße dich. Um was geht es bei dir? Ja, mein Thema ist Hypnose. Hypnose? Ja. Wie spannend. Ja, und zwar habe ich mit Hilfe von Hypnose knapp 20 Kilo abgenommen. Das ist ja lustig. Erzähl mal. Ja, ich mache das mit einem CD-Programm, über ein CD, dass ich mich hypnotisieren lasse. Sie werden jetzt ganz müde. So was? Ganz, ja. So extrem jetzt auch nicht. Also es wird schon, dass man müde wird und dass man wegfällt in diesen hypnotischen Schlaf und dann wird einem suggeriert, dass man bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel Süßigkeiten oder fettreiche Sachen nicht mehr mag. Wie suggeriert, da ist eine Stimme, die sagt das, vermutlich auf der CD. Ganz genau, ja, der Hypnose heißt Faro. Ja? Wie sagt Faro das denn? Ab sofort sind Pralinen ekelhaft oder wie? So in dem Sinne, ja. Also so ganz genau wörtlich kann ich nicht wiedergeben, weil ich dazu zu selten die CD mitbekomme. Weil ich meistens bin ich ziemlich weggetreten dabei. Wie oft hörst du dir die an? Täglich. Täglich. Ja. Und wie lange dauert die CD? Eine gute Stunde. Wie, dann sitzt du da vor dem CD-Spieler? Ja, ich lege mich damit auf meinem Sofa oder ins Bett, mache die CD an und bin dann innerhalb von ein paar Minuten weg. Und wer holt dich dann wieder? Die CD. Die CD, ah ja, das ist ja wichtig bei Hypnose, dass man auch wieder zurückgeführt wird. Ja. Und das macht die CD? Ja. Das heißt, wenn dir jetzt jemand einen Streich spielt, und mittendrin die CD ausschalten würde, säest du alt aus oder wie? Das nicht. Ich würde dann zwar wesentlich länger in diesem Zustand bleiben, aber so nach circa zwei Stunden würde man automatisch wieder wach werden. Achso. Dieser Zustand ist so ein Art Trance-Zustand. Ja. An den du dich nicht richtig erinnern kannst vermutlich, ne? Im Nachhinein, oder? Ganz genau. Ist das ein angenehmes Gefühl, so ein Entspannungsgefühl auch, wenn du dann aufwachst? Oder ist es irgendwie... Ja, es ist super entspannt. Als hättest du gepennt. Ganz genau. Ja. Es ist eigentlich unbeschreiblich. Es ist richtig genial. Ja. Man fühlt sich hinterher wie neu geboren. Ja. So. Wie lange machst du das jetzt schon? Das mache ich jetzt seit Oktober letzten Jahres. Und hast im Oktober wie viel gewogen? Knapp 100 Kilo. 100 Kilo. Und jetzt im März dieses Jahr 80. Ja. Klingt nicht schlecht, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie seriös das ist. Ich will ja keine Werbung dafür machen. Es kann auch sein, dass es irgendwelche gefährliche seelische Nebenwirkungen hat. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Muss man darauf aufmerksam machen. Du wirst jetzt sagen, nein, aber eine objektive Beurteilung können wir jetzt hier dazu nicht sagen. Ne? Zu der Methode. Nein. Also angefangen hat das bei mir das Ganze, dass ich diesen Hypnotiseur, der macht auch Show-Hypnose, in einer Show gesehen habe. Das finde ich ja ziemlich albern im Übrigen. Aber egal. Ich weiß, es sind viele albern. Aber ich hatte dort halt die Gelegenheit, selber erstmal auszuprobieren, ob ich überhaupt in der Lage bin, wegzufallen. Ja. Und ich gehe auch inzwischen regelmäßig zu diesen Shows hin und lasse mich dort hypnotisieren. Warum? Einfach, weil es für mich wesentlich entspannend ist. Das kannst du zu Hause mit deiner CD auch haben. Warum gehst du da in die Show? Ich falle dort noch wesentlich tiefer weg. Und es ist einfach so, ich finde auch diesen Menschen an sich klasse. Ah, du bist scharf auf Haro, oder wie? Ja, wir sind schon ein richtiger Fanclub hier. Ah, siehst du. Kriegst du da Geld für, dass du da mitmachst bei der Show? Nein. Nein, um Gottes Willen. Und es stimmt auch wirklich. Ich werde ganz oft gefragt, ob wir gekauft wären. Aber das ist wirklich nicht so. Wenn ich das im Fernsehen sehe, denke ich immer, das kann nicht sein. Das sind gekaufte Leute und die spielen jetzt Theater. Nein, die sind wirklich nicht gekauft. Ja. Das ist, ich habe auch am Anfang nicht daran geglaubt. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich habe mir das zwei Jahre angeguckt, dieses Spiel von ihm. Und ich habe gedacht, so, jetzt probierst du es selber mal. Und ich war innerhalb von Sekunden, lag ich auf dem Boden und war weg. Und die machen ja immer so alberne Sachen mit den Leuten, ne? Ja, so Namen aus dem Gedächtnis streichen, Zahlen aus dem Gedächtnis streichen. Ja, das ist so noch harmlos. Weil dann halt zwei Menschen zwischen zwei Stühle legen und auf die Baustellen. So, das ist so dieses Showzeug. Ich weiß, dass man seriös mit Hypnose in der Psychiatrie arbeitet. Ich weiß, dass man seriös mit Hypnose auch in der Zahnmedizin arbeitet, sodass ich mir das so erstmal spontan durchaus vorstellen kann, dass es auch eine Wirkung hat, wenn man abnehmen will. Unterstreiche aber nochmal, dass ich das nicht genau weiß. Deine Erfahrungen sind aber durchaus positiv jetzt damit. Ja. Und ich habe zwischendurch auch nochmal was anderes mit ihm gemacht. Und zwar hatte ich eine unheimliche Prüfungsangst. Ja. Und habe vor einer Prüfung mit ihm abends telefoniert. Mhm. Und der hat mich am Telefon in Hypnose versetzt und hat mir diese Prüfungsangst ausgetrieben für den nächsten Tag. Mhm. Das war allerdings nur eine kurzfristige Sache. Das ist jetzt nicht auf Dauer weg, sondern eben... Ich hätte jetzt bei dir eher Sorge, dass du in so eine Abhängigkeit von dem Zeug gerätst, dass du gar nicht mehr so deinen normalen Alltag führen kannst, ohne eventuell auf diese Hypnose zurückzugreifen. Doch. Also wäre es durch... Also ist es denkbar, dass du irgendwann sagst, okay, jetzt bin ich auf 70 Kilo, nur kommt die Kassette in den Schrank und ich gehe auch nicht mehr zur Show und nur ist gut. Also dass die CD in den Schrank kommt, dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich denke mal zu diesen Shows, ähm, im Moment bin ich so einmal im Monat. Mhm. Bei diesen Shows, dann werde ich mit Sicherheit auch weiterhin gehen. Mhm. Schon auch alleine wegen der Leute, die sonst noch so da sind. Mhm. Ähm, aber ich denke mal nicht, dass ich in eine Abhängigkeit geratet habe, aber ansonsten auch gute Freunde hier im Hintergrund, ähm, denen ich gesagt habe, ich so, solltet ihr irgendwas mal bemerken. Ja, ja. Holt mich auf den Boden der Tatsache zurück. Ja, ich glaube, die Gefahr ist schon da, wenn man sich zu sehr in so eine Szenerie hineinbegibt, dass man da dann vielleicht wirklich abhängig wird. Hast du denn früher... Ich denke mal abhängig nicht. Also ich denke, dass man abhängig davon werden könnte, wenn man sich, ähm, zu sehr darauf fixiert. So, genau so meine ich es auch. Hast du vorher auch schon mal, äh, Diäten, Hungerkuren, allerlei Arte ausprobiert? Ja, alles Mögliche. Ja, bis von, ähm, Zeitschriften, Diäten bis hin zu Weight Watchers, alles durch. Ja, nun ist ja die Frage, äh, interessant wäre es, wenn wir in einem Jahr nochmal reden würden miteinander, ob es denn auch dann vorhält, ne? Oder ob es, äh, auch nur eine, eine, eine zwischenzeitliche Erscheinung ist, das Abnehmen. Ja, also da bin ich auch gespannt drauf. Ja, das ist wirklich... Ja, nicht, dass es wieder so einen Rück, äh, einen Rückfalleffekt gibt. Wie viel ist der noch? Du bist jetzt von 100 auf 80 runter. Wie viel sollen es noch? So 10 noch. Ne? 70. 70 ist doch schön. Wie, wie groß bist du? 1,73. Ja, bist du okay. Ja. Du bist doch eine ordentliche Frau, wo man auch noch was zum Anfassen hat mit 70. Ne? Ja, also ich bin wirklich mal gespannt, also ich war vorher, äh, bevor ich das gemacht habe, ich war wirklich gefrustet, weil nichts wirklich geholfen hat und hab gesagt, das ist der letzte Versuch, wenn das nicht wirkt, dann soll es halt nicht sein. Ja. Und wie gesagt, bin ich bis jetzt begeistert, weil es wirklich so ist, früher, egal welche Diät ich gemacht habe, wenn ich da irgendwas Süße stehen sah oder so, dieser Heißhunger war einfach da und das ist jetzt überhaupt nicht mehr. Und das... Im Gegenteil, ich ekel mich davor. Weil das so suggeriert wird, hier, das ist eklig. Pralinen sind eklig, Fette, Fritten sind eklig, Pizza... Ganz genau, Alkohol ist eklig. Ah ja, interessant. Also das funktioniert mit Alkohol auch? Ja, also Alkohol sind ja auch Kaloriengarten. Ja, ich meine, das funktioniert auch, dass man dir das suggeriert und du hast dann keine Lust auf Alkohol. Ja, also ich hab seitdem nichts mehr getrunken. Auch gut, nicht schlecht. Also jetzt über Weihnachten, Weihnachtsteller und ähnliches konnte mich überhaupt nicht reizen. Was nimmst du noch zu dir? Möhrchen? Ja, ganz genau, also... Also gesunde Sachen, Gemüse, Obst. Ganz genau, Reis, Kartoffeln, Gemüse. Was halt wesentlich weniger geworden ist, ist Fleisch. Ja. Und halt auch McDonalds oder ähnliches kommt nicht mehr in die Tüte. Ist ja alles wunderbar. Also ist ja gar nichts einzuwenden. Also es klingt ja wirklich sehr gesund und deinem Körper sehr zuträglich. Dann wollen wir hoffen, dass es weiterhin so funktioniert und wollen wir hoffen, dass es dann auch so bleibt, dass es keinen Rückfalleffekt gibt. Das hoffe ich auch. Alles Gute, Stefanie. Danke. Tschüss. Ja auch, war eine tolle Sendung. Dankeschön, Stefanie. Tschüss. Tschüss. Harro. Moin. Hallo. Ja, 23 Jahre bist du. Richtig. Harro, stimmt das? Hm, Harro. Harro. Und was geht's denn, Harro? Also, ich studiere Jura, bin jetzt im neunten Semester, also kurz vor meinem Examen. Viel Arbeit? Ja, sehr viel Arbeit. Aber ich komme auch aus einer großen Juristenfamilie, also mein Opa war schon Anwalt, Onkel ist Richter und mein Vater hat auch Jura studiert. Ja. Ja, das ist natürlich eigentlich auf der einen Seite ganz gut, aber setzt dann auf der anderen Seite natürlich auch unter Zugzwang. Aber wie fleißig, mit 23 bist du jetzt schon so in der Endphase, bist aber ein ehrgeiziger Bursche. Ja, also ich konnte die erste Klasse überspringen und konnte meinen Zivildienst, also auch mehr oder weniger canceln, dass ich das nicht machen musste. Und ja, also ich bin seit vier Jahren mit meinem Freund zusammen und das läuft auch eigentlich ganz gut, nur ja, also ich habe meinem Vater, der jetzt für mich so die einzige Ansprechperson ist, weil ich keine Mutter mehr habe, habe ich halt auch noch nicht davon erzählt, dass ich halt mittlerweile seit vier Jahren auch schwul bin, also vorher war ich es nicht. Ja, und er hat auch nichts mitgekriegt irgendwie ein bisschen. Nee, er ist auch, also wie gesagt, er hat Jura studiert, aber er ist dann in die, er ist in die Politik gegangen und dann ist er jetzt im Vorstand von einem Konzern und er ist eigentlich nie zu Hause. Ja, das hat sich wirklich so anders sehr, sehr beschäftigt. Aber er hat durchaus schon so für mich meine Zukunft geplant. Also ein ehemaliger Studienkollege von ihm, den hat er sich, also mit dem er noch gut Kontakt hat, den hat er sich so als Mentor für mich ausgesucht, der dann nach dem Studium halt, bei dem ich dann in der Kanzlei arbeiten könnte. Und ja, also wie gesagt, die Zukunft ist quasi gemacht. Nur... Klingt auch nicht so dolle, Harro. Würde mich ein bisschen einengen, unter Druck setzen. Ja. Da ist so eine Erwartungshaltung und da muss alles genauso sein wie die Familie, wie der Vater das will. Du bist ja erst 23, Mensch, du könntest auch mal sagen, ach komm, jetzt ein Jahr reise ich jetzt mal durch die Welt und mache irgendwas Verrücktes, muss nicht gleich alles Karriere sein. Mhm. Okay, aber erzähl mal weiter. Ja, also das Problem ist jetzt wirklich, das geht jetzt halt seit vier Jahren so und anfangs kam mein Freund damit auch klar, dass ich meinen Eltern es nicht sagen wollte, weil bei ihm sind halt die Familienverhältnisse auch ganz anders. Also sein Vater zum Beispiel, der ist so ein ganz wilder, also noch so ein halber Hippie, der ist irgendwie noch so 68 hängen geblieben. Und ja, und die Sache ist, dass ich es, gebe ich selber zu, vielleicht nachdem ich den Abschluss gemacht habe und dann in der Kanzlei arbeiten würde, eigentlich gar nicht mehr sagen kann. Und das sieht mein Freund halt ähnlich und er meint auch, dass ich es, also er kam jetzt auch auf die Idee, dass ich mich da vielleicht mal erkundigen sollte oder mal einen Rat einholen sollte, weil er ist auch der Meinung, wenn ich einmal den Abschluss gemacht habe, dann sage ich es meinem Vater gar nicht mehr. Und ja, das ist halt irgendwie kein Zustand in... Sehe ich auch so. Sehe ich auch so, Haro. Aber es ist, wie gesagt, auch sehr schwierig. Also ich hatte... Vor was hast du Angst? Ist der sehr konservativ? Also ich bin sozusagen das Vorzeigekind. Also mein Bruder, der ist mit 28, also vor zwei Jahren, ist der gestorben. Und also der war Soldat, aber trotzdem halt vorzeigbar. Und ja, also... Trotzdem ist gut. Und wenn ich mit meinem Vater was mache, dann ist halt meistens diese Veranstaltung, zu denen er mich dann mitschleppt und vorzeigt. Und ja, weil ich halt 23 bin und jetzt kurz am Abschluss... Und deine Mutter ist auch verstorben? Ja, nee. Also ich habe... Sie ist noch da. Ich habe zu ihr nur keinen Kontakt mehr, weil meine Eltern sind geschieden und sie hat neu geheiratet und hat auch... Und sie existiert eigentlich für dich und deinem Leben nicht mehr? Nein. Also sie wohnt auch in Berlin und das ist auch sehr weit. So, jetzt hast du Angst. Das war trotzdem meine Frage nochmal. Ist der Vater sehr konservativ eingestellt? Ja, also muss man so sagen. Das heißt also, wenn er das erfahren würde, würde für ihn so ein Weltbild, eine Welt zusammenbrechen. Dass sein Sohn, der Vorzeigesohn nun schwul ist. Ja, also zu sowas hat er auch überhaupt keinen Kontakt und kommt auch für ihn eigentlich nicht in Frage. Von daher ist es wirklich fast unmöglich, da in irgendeiner Weise was zu sagen. Und da ist jetzt eine große Sache vor dir, Haro. Das ist jetzt, ich glaube, der ganz große Schritt zur Eigenständigkeit und zur Emanzipation deiner Person. Mit dem Risiko, dass vielleicht all die Annehmlichkeiten, die dein Vater dir vermittelt, Beziehungen, Geld, ich weiß nicht, was da noch alles ist, dass die vielleicht erstmal unterbunden werden. Vielleicht. Ja. Aber das musst du machen. Das musst du machen. Ich finde die Meinung deines Freundes richtig. Und das musst du jetzt wirklich, jetzt schnell machen. Ja, genau wie er es auch sagt. Finde ich auch. Finde ich völlig einleuchtend und klar. Hast du Angst, dass der Geld dann zugedreht wird? Nein, nein, nein. Ich wüsste auch gar nicht, wie. Also mein Vater hat jetzt auch sonst keinen, dem er das Geld geben könnte. Ja gut, aber es kann ja sein, dass er jetzt so zornig ist und sagt, der kriegt erst nichts von mir. Wie könntest du dein Leben? Also ich dachte, dass das eigentlich völlig unmöglich ist, weil, ja, das sind so ein bisschen so eingeschworene Kreise, das kann man schlecht beschreiben, aber es sind halt diese Juristen unter sich, das merkt man auf diesen Veranstaltungen immer ganz deutlich. Von denen hat niemand jetzt irgendwie einen schwulen Sohn oder... Was meinst du, wie viele Schwules da gibt, die aber verlogen und im Hintergrund agieren? Ja, die schaffen es ja aber anscheinend, aber auch irgendwie. Ja, das ist doch schlimm. Was heißt schaffen? Das klingt so positiv. Möchtest du so leben? Möchtest du dein ganzes Leben dich verstecken? Also es ist schon schlimm, wenn ich mit meinem Vater zusammen bin. Also wenn wir uns sehen und ich es ihm vielleicht irgendwo schon gern sagen würde, aber zu ihm habe ich auch nicht so viel Kontakt, wie man sich das jetzt vorstellt. Ich wohne zwar noch zu Hause, aber da halt weitestgehend alleine. Er reist umher und ist dann, weiß ich nicht, vier Tage, vielleicht im Monat zu Hause. Ja, wäre es denn für dich, greift das nochmal auf, was du gerade gesagt hast, wäre das denn für dich erstrebenswert, das optimal zu verschleiern? So habe ich es bisher gehandhabt. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, optimal ist es nicht, das stimmt. Aber das berühmte Ende mit Schrecken ist in diesem Fall wirklich ein sehr großer Schrecken dabei. Und da ist die andere Version vielleicht, ich weiß es nicht. Ich könnte meine Seele verwetten, Haro, dass du, wenn du es gemacht hast, dass du dich saugut fühlen wirst hinterher. Meint mein Freund auch. Alle, die es getan haben und das machen und so leben oder so einen Schritt vollzogen haben, bestätigen das. Weil das einfach ein Schritt zu dir selbst ist. Das bist du nun mal. Und so soll ja auch dein Leben verlaufen und nicht dein ewiges Versteckspiel sein. Und so willst du ja auch akzeptiert werden von deiner Umwelt. So auch von deinem Vater. Ja, also der Rest von meiner Umwelt, der ist überhaupt kein Problem. Im Freundeskreis und alles, die sind alle, die gehen damit sehr locker um. Ich habe auch so den Eindruck, dass du bisher, so was die Äußerlichkeiten anbelangt, ein einfaches Leben gehabt hast. Was ist das Materielle? Sagen wir die materiellen Äußerlichkeiten. Du kommst aus einer reichen Familie, angesehene Familie vermutlich. Du hast nie ackern müssen für dein Geld. Man hat dir alles bereitet. Es ging alles immer voran. Du bist 23 Jahre alt und stehst schon kurz vor dem Studienabschluss, was ja eine tolle Sache ist. Jetzt musst du dich bewähren. Jetzt ist wirklich ein Punkt, wo du eigenständig was machen musst. Wo du auch deine eigene Courage, glaube ich, aktivieren musst. Ja. Nur du musst das machen. Kein anderer kann dir da helfen. Ich glaube auch. Also allmählich passt das auch alles zusammen, weil das ist bisher das, was alle, die es, glaube ich, in irgendeiner Weise gut mit mir meinen könnten, auch gesagt haben. Mhm. Und ja. Selbst einkalkulierend, ich weiß ja nicht, wie hart dein Vater drauf ist. Vermutlich. Also er ist eigentlich kein jähzorniger Mensch in dem Sinne. Also würdest du es für möglich halten, dass er dich verstößt? Nein, aber es wäre der Horror. Er hat, wie gesagt, also meinen Bruder vor zwei Jahren verloren. Ja. Wäre sie, glaube ich, auch nicht so hart und hätte so schnell wieder geheiratet. Und, ähm. Ja, aber du musst dir einfach klar machen, dass, äh, dass er dich nicht verliert deshalb, äh, dass es dein Leben und deine Welt ist. Und wenn ihm wirklich etwas an einem glücklichen Sohn gelegen ist, dann soll er dich so leben lassen, wie du es für richtig hältst. Wenn er dein Glück will, dann soll er Ja sagen. Mhm. Und es scheint es ja ein Mann zu sein, mit dem man auch rational gut reden kann. Aber das ist ja natürlich auch nicht immer eine gute, nicht unbedingt die Voraussetzung, dass man sich ja einigt, aber dass du ihn auch mit Worten erreichen kannst, mit Argumenten. Naja, eine richtige Situation gibt es für sowas ja eh nicht. Ich habe mir das nämlich schon häufiger überlegt, wie man das überhaupt machen könnte, in was für einer Situation, oder? Nee, kannst du nicht. Nimm irgendeine Situation, wo ihr alleine seid und ein bisschen Zeit habt und, äh, dann sag es. Und ich sage nochmal, das ist das allerschlagrichtigste Argument, dass du ihm sagst, willst du, dass ich glücklich bin? Mhm. Wenn du mich liebst, willst du das doch eigentlich. Ja, ich glaube, das könnte, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja. Und alles andere ist Moral, ist gesellschaftlicher Quark und da muss man dann gemeinsam gegen angehen. Und wir leben ja mittlerweile in einer Zeit, wo es da schon relativ locker ist, relativ locker ist, diesbezüglich. Ja, Haro. Gut, dann. Dann mal zu. Ich werde mal, ja, ich denke, das wird irgendwie schon hinhauen, also. Schreib mir mal, äh, schreib mir mal, wenn du es gemacht hast. Ja, das kann ich gerne machen. Ja, mach es wirklich. Äh, mit, mit Haro, ich weiß nicht, ob das ein richtiger Name ist, aber Haro, dann. Haro ist mal, ja, ich heiße Haro. Ja, okay, also das ist ein bisschen ungewöhnlich, das assoziiere ich dann. Mhm. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Äh, Janina, 14 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Janina. Mensch, noch wach. Ja, klar, kein Problem. Kein Problem. Nee. Gleich zwei Uhr ist meine Zeit, sagt Janina. Janina, wir haben nicht mehr so viele Minuten. Leg mal los. Ja, mein Problem ist, meine Mutter hat jetzt seit circa fünf Monaten einen Freund. Ja. Ähm, meine Mutter und mein Vater sind seit circa 20 Jahren glücklich verheiratet. Ja. Ähm, mein Vater weiß von dem Freund. Ja. Und, ähm, ihm tut das halt so doll weh, dass er immer nach England zieht, äh, fährt, nach, ähm, seiner Mutter. Mhm. Und, ähm, halt kann ich mit meiner Familie nicht so darüber reden. Ja. Und wollte halt mit jemandem darüber reden. Unbedingt. Wie viele Kinder seid ihr? Du, bist du und wer noch? Ähm, noch zwei Geschwister. Älter, jünger? Eine ältere, eine jüngere. Ja, die älter ist, die viel jünger, äh, viel älter. Ähm, nee. Mhm. Und er ist, er weiß das, dass deine Mutter diesen Freund hat seit fünf Monaten. Ja, ja. Und er, äh, 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 ist damit einverstanden gewesen? Naja, eigentlich nicht, aber er kann nichts dagegen machen. Mhm. Und ist ganz traurig. Genau. Und was, wie findet ihr das, dass die Mutter den Freund hat? Ja, uns, ähm, geht das halt sehr, ähm, ins Herz. Ja. Weil, es ist halt unser Vater. Und, naja. Ja, ja, Nina. Jetzt geht, du hörst die Musik gerade hinten, ne? Ja. Jetzt frage ich dich mal eben, bist du morgen Nacht auch auf um die Zeit? Ähm, ja, würde ich wach sein. Und nur das Problem ist, mein Vater kommt morgen aus England wieder. Ja. Und müsste mit mir zusammen in einer Wohnung übernachten. Oh, dann wird's kompliziert. Dann machen wir's anders. Dann, ähm, rufen wir dich jetzt gleich. Ich wollte vorschlagen, dass wir morgen weiterreden in der Sendung. Ja. Dann rufen wir einfach gleich nach der Sendung dich nochmal an. Ja. Jetzt haben wir's ja nur andeuten können, das Problem. Ja, gut. Ne, das machen wir. So, legst du es auf und wir rufen gleich zurück. Okay. Okay, tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht in der Technik Gudrunhausen. Wir sind morgen wieder da. Morgen auch nur im Radio, übrigens. Wieder mit einer freien Themennacht. Und, äh, ab 0 Uhr könnt ihr uns schon erreichen unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111. Und, ja, 1 Uhr morgen Radio 1 Live. Ich freu mich drauf. Gute Nacht. Schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.